Das Rumgeblöde nehm ich jetzt auch mal auf, das gehört dazu. So, gehen wir! Vorsicht! Ich bin schon auf dem Weg! Das ist schlecht, ey. Droh mal ganz schnell X! Ganz schnell X? Ja. Seid ihr alles klar? 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 Der Cut ist der Sandweg! Großartig! Großartig! Okay, also folgende Strategie. Bill stirbt, ich renne kreischend durch die Gegend. Wir drücken einfach so lange X, bis die Gegner freiwillig ab... Vor allem wie du dabei aussiehst, warte! Die sehen beide so komisch aus! Vor allem wie du guckst, ey! Die Miming ist so geil! Hör auf die Ambar zu kreisen! So! Und der Alte hat schon gebraucht mit uns! Guck mal! Guck mal der Alte! Der guckst du! Der denkt sich schon, boah sind die scheiße, ey! Ach man! Okay Option! Spann! So! Dein Mal läuft wieder auf! Schneid ich dann irgendwie zusammen, keine Ahnung! Nox, komm mal zum Ernst der Sache, ja! Ein bisschen mehr Ernst! Hier liegt ein Molotow-Cocktail! Nox, komm her! Mitnehmen, mitnehmen! Ne, ich kann nichts nehmen in dem Slot! Ich hab schon! Komm, es muss einer herkommen von euch! Hier zurück! Hier, genau gegenüber stehe ich! Hier, komm hierher! Hier in der Ecke ist ein Molotow-Cocktail! Noll! Warte, Vorsicht! No! Ich werde wieder auseinandergenommen! Wieso hat der Bill das gemacht, ey? Ich wollte einen Nox retten, du Assi! Da hinten in der Ecke! Muss mitnehmen! Los! Ne, ich kann... Der hat Kratzer aufm Rücken! Hat Kratzer aufm Rücken? Okay! Ich beobachte dich, Freundchen! Ich beobachte... Guck mich nicht so an! Soll ich dir die Kippe anzünden, hä? Soll ich dir die Kippe anzünden? Was willst du, hä? Was willst du? Schwinde! Wir haben auch schon mal Bill! Bill und ich mussten kurz was klären! Ich guck von dir, der sieht so geil aus! So, ich geh mit Bill unten lang! Oh, Bill! Bill! Danke, Bill! Schnell weg hier! Ich glaub, wir sollten uns echt nicht trennen! Ja, ich glaub auch, das war ne Scheißidee! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Okay, das war ne ganz beschissene Idee! Oh, das war ne... Ja! Ich bin tot! Ja! Ich bin in den anderen Gang gegangen mit dem Bill. Ich dachte, vielleicht ist das cooler. Und hier ist ein fetter! So ein... Ja, jetzt kommt die... Jetzt kommt die... Dann so ein Smoker-Typ! Komm, alle von hinten! Ja! Mein Retter! Mein Held! Kannst du mich auch noch heilen? Oh, okay! Oh, Mann, das war so sinnlos! Ich dachte, das wär vielleicht ne gute Strategie! Jetzt bin ich schon wieder fast gut deswegen, weil die alle von hinten gekommen sind! Du hast was gut! Du hast was gut! Ich hab bloß nichts, was ich dir dafür geben kann! Hm! Ha, 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 ha! Woppa! 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 Du fällst du da runter, ey! Oh, es regnet! Bei dir? Ja! Ach ne, hier! Ich hab's Pizza zugeknallt! Meine Hand sieht auch geil aus! Ich brauch die schnelle Shotgun, bitte! Ich hab die Shotgun! Ja, ich brauch die schnellere! Ich bring noch eine! Ja, die ist langsamer! Hier ist ne Bratpfanne! Leute, wer die Bratpfanne hat, gewinnt! Nox, du bist gleich tot! Ja, gleich weiß! Du wirst gleich... Nox, du stirbst gleich! Scheiße! Scheiße, hat wer Pillen noch? Pillen, irgendwas? Adrenalin hab ich! Ne, das nützt nichts! Scheiße! Ach, war hier nicht noch irgendwo ein Medipack? Warte mal, hier war doch irgendwo noch ein Medipack! Was ist das behinder denn? Hier war doch irgendwo noch ein Medipack! Ah, Mist! War das... War das auf dem Weg? Ja, das war auf dem Weg! Das war... Ja, das ist da hinten! Ach, scheiße! Hier ist noch ne Bratpfanne! Na dann rennen wir mal schnell los, damit Nox noch Ehren vollstirbt! Ey! Ui! Okay! Okay! Okay, ich hab äh... wieder Molotow nach vorne! Ich schmeiß die Gas-Dingsbums nach unten! Von vorne kommt so ein Schleimvieh, pass auf! Noch nicht den Molly werfen, lieber das Schleimvieh! Er töten erst mal! Also ich hab schon ausgeholt, dann werde ich jetzt loslassen! Oh shit! So, Molotow kommt wieder nach vorne! Ähm, irgendwas stimmt nicht! Die Witch... Die Witch... Die Witch... Äh, ist hier! Bill! Mein Sohn! Wo bist du? Ich bin hier! Danke, Bill! Danke, Bill! Die Witch... Die steht direkt da vorne, ne? Oh! Die steht direkt da vorne! Warte, ich spiel die Heldin, lass mich! Das ist keine Witch, das ist so ein Zungenvieh gewesen! Das war ein Smoker! Die steht hier! Die steht hier! Ähm... Äh, ja... Warte, ich opfer mich! Ich bin ja eh gleich tot! Nein! Sonfekt! 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 Hey, hier gibt's Waffen, Leute! Rennt! Ich hab nur noch ein... Ich hab noch so eine Granate! Wieso hab ich die noch? Hinter dir, Nox, hinter dir! Ne! Ne! Es kommt, weil du so rumgerummelt bist, ey! Das ist ein Leben, ey! Hier kommt nicht weit! Ich hab sie geworfen... ...auf die Witch... Ist die Witch schon tot? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Nox! Oh! Deswegen, Molodorf-Cocktail wäre nicht schlecht gewesen! Naja, aber es hält sich ja hier niemand an Strategien! Ey, hab ihr gesagt, Molodorf-Cocktail bitte! Ja, ich hab nur diese Gasgranate und die hab ich auch geworfen! Hm! Nein, ihr tötet mich nicht! Ach, scheiß! Ja! So! Alles aufnehmen, was geht! Die sind einfach zu schlecht für den Spiel! Oh, ich hau den Bill jetzt gleich selber um! Guck mal, was... Wie... Den seine Heilung ist! Schnell, schnell, schnell! Ich klau ihm das letzte Medipack! Jetzt hat der sich eins genommen! Geh raus! 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 Und der Arme! Oh nein, das ist ja... Gib mir das Medipack, dann helfe ich dir! Geh raus! 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 Lass mich das nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Nimm du's. Oh, das wird doch wieder nötig. Das ist so. Ich werde jetzt wieder so verkraten. Geh, geh mal von der Tür weg. Denk dran, in den Gang jetzt hier links stand ein Molotow vorhin. Den holen wir uns jetzt auch. Wir machen jetzt alles, wir bleiben jetzt immer zusammen. Guck, ihr seid so echt klasse. Was bitte? Wieso? Ihr seid echt klasse. Wieso? Oh, sorry. War das ironisch gemeint? Nein, der hätte doch grad gesagt. Oh, scheiße. Oh, Gewitter. Oh, wow. Wow. Was, wow? Das ist aber laut, du mein lieber Scholli. Ja, das ist wahrscheinlich direkt. Oh, shit. Vielleicht auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite geht's in keinen Gang. Es hat gesagt, du rennst schon wieder vor. Ja. Ich warte nicht auf dem Tunnel. Na, aber das triggert doch immer die Feinde. Nein. Du, wir haben doch grad gesagt, wir gehen hier nicht in den Tunnel. Okay, ich deck nach hinten. Boah. Ich seh'n Hunter. Okay, dann erschieß ihn. Okay, ich geh'n nach rechts. Ich halte die Treppe hier frei, ne? Okay, ich geh'n nach rechts und probier' von oben. Boah, Alter. Alter. Alter, hast du den auch fliegen sehen? Was war das denn für'n Schätzchen? Der wollte in meine Arme fliegen. Oh, herrlich. So Titanic-Style. Aber ich wollte ihn nicht fangen. Ist hier schon wieder ne Witch? Oh. Wie hat denn der Ron das gemacht mit der Witch? Der ist doch nur da ran und hat die mit einem Schuss weggehauen. Ja. Oh! Oh! Hilfe! Hilfe! Nimm das weg! Nimm das weg! Oh oh! Leute! Ähm... Leute? Bin gleich tot. Bin gleich tot? Ich bin immer noch gleich tot. Wo bist du? Es stirbt nicht! Hilf mir hoch, Nox! Oh! Komm her, Nox! Nox! Der Kommentar hat das... Scheiße, Sunfix! Oh, Nox! Ja, ich komme! Ein Verbindender muss sie hochziehen! Nox! Nox! Zieh mich hoch! Nox! Nox, Sunfix ist tot! Ich fall runter! Nox! 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 Das ist euer Flieger! Hinter dir! Hinter dir, hinter dir, Nox! Jetzt sind wir tot! Jetzt... Das war's! Nein! Nox! Achihis ihn! Nox! Achihis ihn! Der weidet mich aus! Ohhh... Ist das so'n Kotzen! Guck mal den Bill, der stirbte auch schon wieder gleich! Ich kann keins nehmen, weil ich eins hab. Ich hab ein Medipack. Ich hab ein Medipack. Nox, heil dich. Nein, ich möchte die nicht wieder nehmen. Na toll, jetzt hast du es versaut. Dann heil dich erstmal. Ich sorg dafür, dass der Opa ein bisschen schneller abdankt. Ich nehme das Opa in der Schottengabe. Ja, aber warte, du musst noch Leichenfledderung betreiben, wenn der Altidio hochreißt. Pass auf, hilft mir vielleicht mal jemand? Das schaffen wir doch nie im Leben, ey. So, nimm da sein Medipack. So war das nicht geplant. Los, nimm sein Medipack. Gut. Der arme Bill. Der arme Bill. Oh, vor allem wir töten selber unseren vierten Mann. Oh Gott, sind wir Noobs, ey. Der arme Bill verdammt. Ach, Bill verdammt. Warte, jetzt will ich aber auch noch einen Satz sagen. Doch nicht Bill verdammt. Doch nicht Bill verdammt. Also, ich hatte den dramatischsten. So, los. Zusammen bleiben. Nox, bist du hintergelaufen? Wieso ein Kanister? Nimm den mit. Nimm den mit. Nimm den mit, komm mit. Ich hab den. Nox hat den Kanister. Wir räumen frei, Nox trägt den Kanister. Ja. So, warten, warten. Ja. Ich werd von den Augen geschossen. Was? Okay. Ich bin jetzt gleiche wieder hochgekommen. Der Lichter. Nein. Irgendwas läuft da hinten. Ich überleg grad. Willst du den Kanister runter schmeißen? Ganz runter? Und dann schießen wir einfach nur drauf und alle, die unten sind, äh... Nee, nee, den sollten wir noch behalten, den erstmal. Okay. Nox nimmst du hinten? Falls wer von hinten kommt? Ja. Oh. Oh, wo kommt der denn her? Wer? What the fuck? Alter! 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 Alter, der hat mich mit runtergerissen. Wow! Alter! Nein! 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 Der hat mich eiskalt nicht da unten gezogen. Nee. Wir sterben. Ich liege auch. Okay. Äh... Nochmal von vorne. Hahaha. Schaffen wir doch nie. Warte mal, jetzt... Ich hab nämlich ein Medipack. Ich heile den Bill mal. Ich heile den mal. Komm mal her, du Trottel. Verarzte dich. Bill. So. Warte, dann probier ich mir das letzte Medipack zu krallen, bevor der das macht. Och Mann, du Sackgesicht! Naja, gut. So. Okay. So. Seid ihr bereit? Nö. Ja. Ach Gott. Halt den nochmal ausschauen, auch irgendwas zum Werfen. Können wir... So. Ich mach dir die erste Molte schonmal platt hier. Okay. Guck mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hier liegt ein Eimer. Können wir den gebrauchen? Kannst du da Zombie-Galle drin sammeln und dann über... Ja. Die Kotze für den... Genau. Also ich hab noch diese Gasgranate. Kotze wären nicht schlecht, wenn ihr die haben würdet, ne? Ich hab... Was ist das? Ne, das ist dieses Gaszeug. Oh, Leute. So, irgendwelche Vorschläge? Kampfstrategien? Boah. Hihihi. So. Ich lade mal nach. So. Tür ist offen. Nox vor. Tür ist offen. Ja. Ich geh nach... Oder Nox geht nach links? Boah, ich bin so schlecht, ey. Ach. Da liegt was. Da liegt was. Ah, ne Bratpfanne ist da. Oh, Mann. Eine Bratpfanne. Fuck, ey. Okay. Ich bin wieder im Tunnel. Im Tunnel. Bin auch im Tunnel. Nox. Kommen wir. Boah, das sah von Weitem grad aus wie ne Witch, ey. Oh. So, der Bill kommt da hinten auch angewandt. Bei Medikid hinten auf dem Rücken, das sieht so aus wie so ein Feueralarmmelder. Feueralarm. 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 Vielleicht gehen ja die Zombies dann weg, wenn wir ganz laut rufen. Feueralarm. Treten Sie bitte beiseite. Okay, ich guck nach hinten, ob wieder so ein Vetter kommt. Hier ist alles ruhig hier hinten. Ja, schön. So. Weg. Hier hinten kommt nix. Ich geh runter. Okay. Zur Treppe, da ist irgendwie ein Vetter. Okay, ich komm mit runter. Ein Explosiver. Ein Hunter. Einen Splitter. Okay. Hunter. Vorsicht. Der backt sich da fest. Ich probier den zu kriegen. Okay, der ist weg. Aber nicht tot. Fürchtig. Wir bleiben erstmal ein bisschen hier oben. Hm. Ach du Scheiße. Oh, die sind auch so schnell, ey. Das ist ja nicht normal. Boah! 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 Hier an der Leiter. Sehr gut. Okay, oben ist erstmal. Na ja, kommen noch einige von. Scheiße! Scheiße! Hilfe! Oh! Sehr gut, danke. Jockey kam durchs Rohr. Hey, nicht umgeschießt. Scheiße. So, ich geh runter. Oh, hier sind überall so ein paar schissenen Rohre, wo die rauskommen, ey. Ich geh runter. Ich geh runter. Ich geh runter. Ich hör nur den Fetten da hinten. Okay. Dann probier ihn aus Distanz irgendwie zu kriegen. Okay. Ich seh den leider nicht mehr. Hm. So, liegt hier irgendwas. Oh Gott. Äh. Hat irgendwer von euch was zum Werfen? Nein. Ich hab die Gasgranate. Also, ich seh den aus der Ferne. Könnt den wohl abschießen. Abgeschossen. Wow! Sehr gut. Hier ist noch so ein Gas-Dings. Oh. Hier, ich hab den in der Hand. Oh ja! Gas-Dings? Oh yes! Das wirfst du nach vorne in den Gang. Ja. Warte, ich schmeiß das schon mal dahin. Nach vorne, ja. Schmeiß schon mal hin. Probier so weit wie möglich nach vorne. Ja. Noch weiter, noch weiter. Noch weiter, noch weiter. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Noch weiter, noch weiter. Das rollt zurück, ja. Das muss ganz vorne, vor. Wo die Kante ist. Ich bin mit der Gasgranate, ich sichere jetzt nach hinten. Ah. Geht's los? Wer traut sich zuerst vorzulegen? Seid ihr vor, habt ihr die Gas-Dingsbums vorne hingelegt? Ja. Sehr gut. Ich seh ja hier nach hinten mit der Granate ab. Vielleicht hat das Spiel irgendwann Mitleid mit uns und dann kommen die gar nicht mehr. Weil hinter uns ist alles ruhig. Hä? Hä? Da kommt jetzt nix, ne? Jetzt kommt gar nix. Oh, hier ist ein Vetter. Ich werf die Gasgranate nach unten bei euch. Scheiße. Oh fuck. Schieß auf die, ja. Das sind zwei. Ja. Matti, Gasflasche. Die ist schon, die ist schon futsch. Die ist schon kaputt. Was ist noch einer? Hilft Nox, Hilft SandFact. Das kann nicht mehr, ich steck fest. Ah, der alte Manns. Einmal bitte zu kurz warten, ich muss eben eine Munition machen. Danke, du hast was gut. Ja. Heil dich, heil dich, heil dich. Heil dich, SandFact bleibt stehen, heil dich. Oh, das ist vielleicht ein... Stopp. Verarztet dich. Was, der verarztet mich? Oh, das ist aber cool, danke Bill. Hättest du mich lieber verarztet? Wir haben 49 Leben. Ich hatte gerade 19. Ja. Ich hatte 0. Ja. Okay. Hätte besser dich verarztet sollen. Leute, ich hab noch diese Gasgranate. Ich hab noch die Gasgranate immer noch. Weil hier von hinten kam keiner. Kann sein, dass das echt nach 80 versuchen einfacher wird? Hey, ich glaub weniger. Munition. Ich geh mir auch noch mal kurz Munition holen. Hier gibt's Waffen. Ja, hier gibt's Waffen. Das hast du aber gut rausgekriegt. Ja. Ist die Waffe besser... Ne, ich glaub nicht. Munition. Ach, ich hab immer noch dieses kleine Ding. Gibt's hier nicht mal so ein richtiges... Oh, ich hör was. Warte, ich wirf die Granate. Oh shit. Schnell. Schnell, renne. Renne. Nach hinten, Nox. Nach hinten. So, die Granate ist da mit Futsch. Ja. Okay. Ich hätte die lieber da im Tunnel, da hinten bei der Flögelbrot gesehen. Ja, das wäre... Ich will nur mal eben schnell... Das war jetzt immer Affekt schnell. Nox, hör auf immer wieder zurück zu rennen. Ja. Mann. Ich glaub wir triggern die immer mehr, wenn wir immer noch mal zurück rennen. So, ähm... Muss jetzt so... Ich geh vor. Ich geh vor. Schön, dass du auch gleich losläufst während du sagst. Ich geh vor und sterbe, ne? Soll ich mitkommen? Bleibt ihr immer... Am besten... Ähm... Ich hör sie schon irgendwie alle. Ich würd sagen wir gehen hier hinten auf die Plattform und dann gehen wir gemeinsam rüber. Weil sie hier ja eher weniger raufklettern können. Ne, hier kommen sie auch durch. Ne, ne. Von oben? Ja. Oh. Was ist denn hier? Der hinten... Der hinten bei der Schlöße. Geht ja mal alle hin. Wir müssen... Wir müssen irgendwie gucken, dass wir einen Platz finden, wo sie uns nicht umzingeln können. Aber das ist hier schwierig, weil die können hier echt von allen Seiten kommen. Ja. Aber wir stehen alle eigentlich relativ gut noch da. Ja. Und bei euch werden sie von hinten nämlich rauskommen. Ja. Ja. Soll ich jetzt mit zu dir kommen auf die Plattform erstmal? Na. Komm mit rüber. Stellt euch am besten hier hin. Ja, ich komm auch. Also hier an die Schleuse ungefähr. Lag hier nicht Heilung hier oben? Hast du dir genommen? Ich brauch Heilung. Ich keine. Scheiße, hier lag immer eine. Scheiße. So. Wofür? Okay, hinten an die Schleusengrenze stellen. So. Weil von hinten können die ja nicht kommen. Ich stell mich hier in die Ecke. Wir haben Gäste. Doch, hier ist eine Leiter hier hinten. Ja. Oh, shit. Wir müssen die irgendwie auf Abstand kriegen. Toll. Okay, ich kontrolliere die Leiter hier. Nein, komm rüber, 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 rüber. Okay, rüber. Los. Ab in den Gang. Los, 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 los. Jetzt kommt gleich der Fette. Oh, shit. Schnell rein. Schnell rein. Schnell rein. Schnell rein. Ah, scheiße. Die Säure. Was ist denn das hier? Warte mal. Hier ist eine Granate drin. Ne, Vitamin-Tabletten. Nox, wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Hier im Auge behalten, bitte. Hier, ich hab sie dir gegeben. Ja, hab sie genommen. Halt dir die Tür im Auge. Ja. Alles Baller, worauf geht. Noch 300 Schuss. Ich hab nur ein Gesicht. Ich hab nur ein Gesicht. Ich hab irgendwas Großes. Komm was Großes. Hopp. Ah. Alles im Gesicht. Sind wir noch zu ... Okay, wie sieht's für euch aus? 2 Schuss. Ein Schuss. Wer ist das? Wer ist das? Oh, scheiße, Nox, geh weg vor mir. Haben wir es? Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich steh mich nur an die Tür. Oh, shit. Warte, da hinten, da hinten. Da hinten. Ich stacke fest, ich kann mich nicht bewegen. Leute, ich kann mich nicht bewegen. Oh, danke, danke. So, jetzt kommen wir vor. Okay, Leute, jetzt vor. Ich hab keine Munition mehr, ne? Ich schau nicht, ich hab nur 10 Schoß. Welchen Gang nehmen wir? Oh, fuck. Den vordersten oder den hintersten? Ich bin auch schon... Oh, Mann. Den vordersten oder den hintersten? Wir kennen beide das, ey. Wir kennen ja alle drei nicht, das Szenario. Ich geh einfach den jetzt lang. Okay. Oh, scheiße. Hier kommt was Fieses. 100% hier kommt noch... Nein. Ich hab keine Muni mehr. Okay. Ich hab noch 76 Schuss. Ach, das bist du! Oh, scheiße. Sorry. Ja, vorsichtig. Sorry, sorry. Scheiße. Hier ist nochmal Muni, hier ist ne Shotgun. Ja, die nehm ich. Gut. Ne schnelle. Ja, ich hab auch ne Shotgun. Oh, Mann. Okay, wo müssen wir lang? Gucken, Leute? Hier, die Treppe hoch. Wo ist denn deine Treppe? Hier, Treppe hoch. Hier vorne. Hier bei mir. Hier. Wo seid ihr? Bei mir. Hier. Ach, das ist ne Leiter! Achso. Das ist ne Leiter, ja. Okay. Okay. So. Da kommt ne ganze Messer... Mangel. Okay. Dann alle auf die Tür zielen? Oh, vorm Fenster! Vorm Fenster! Fuck! Ach, der ist hier aufs Fenster? Ich hab's ja auf die Tür. Okay, meine... Ich nehm jetzt die Pistolen. Keine Muni mehr. Hilfe, Leute! Boah. Alter. Wollen wir weiterrennen? Hier? Ich hab' nur ne 28. Ah, du! Boah! Geht weg! Aua, jetzt hab' ich nur ne 19. Hier ist ein Medikid. Ich brauch's. Nox, nimm du das. Komm mal hier in den Raum rein, Nox. Ich probier, ich probier' Rückendeckung zu geben. Hier ist Monokost. Nimm ich. Okay, nimmst du. Warte. Wo ist Medikid? Warte. Hier. Warte, warte. Hier geht's runter. Gut, danke. Okay. Ist hier sonst noch was? So, jetzt... Wollen wir erst mal gucken. Schaut euch um. Schaut euch um. Hier oben lang. Ich glaub, wir müssen den Tunnel runter. Hier hinten ist noch was. Oh, du hast jedenfalls sehr viel. Ah. Ich geh' wieder zurück. Ja. Okay, hier ist gar nischt. Waren wir hier nicht schon? Du bist alle runter. Hier waren wir doch schon. Wie hier waren wir? Ja, da kommt noch was, da kommt noch was. Scheiße. 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 Ich geh' mal wieder hoch. So, ich geh' wieder hoch. Ich komm' auch mit. Ach, wir können durch die Tür. Hier hinten durch. Nee. Das Fenster. Ach, stimmt ja. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Wo seid ihr? Ja, ja, hier. Hä? Wo? Vorsicht. Hier lang, Nox. Hier lang, Nox. Ich bin beim Fenster. Hier lang, Nox. Nox, du humpelst ja schon. Ich hab eigentlich noch... Oh, ein Wetter. Happen. Ähm, bisschen. Ach man, ich treff' immer dich. Weil du immer vorrätst. Also, ich hab' noch so'n, äh... nur nur Dingspunks, ne? Ja. Ich kurs' sich ja nach hinten ab. Macht ihr vorne. Alter, es sind wir ganz viele. Nein. Oh, hinter uns so'n, so'n Hunter-Jockey. Irgendwat. Leute! Er hat keine Moni mehr. Oh. Warte, ich meinst Feuer. Trete und geh' vor. Scheiße. Kommt, wir leben noch. So weit haben wir's noch gar nicht geschafft hier. Ich sicher nach hinten. Scheiße. Was ist hier drin? Scheiße. Oh. Oh, 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 oh. Ja, ich bin... Äh, komm zu mir jetzt schnell! Alter. Ich hasse diese Springer. Ich hab so'ne, so'ne Granate gefunden. Oh, ich hasse diese Springer. Okay, wie sieht's aus? Nox ist ziemlich runter, ich bin runter und der Bill. Bei mir geht's. Das Handwerk wie immer vorbildlich. Ja. Ist ein Klo, ich geh mal eben aufs Klo. Ich geh mal erst mal aufs Klo. Das ist ein bisschen eklig, das Klo. Wo ist ein Klo? Ach, hier. Ja, hier. Gibt's ja auch ein Damenklo. Hier ist auch eins. Mh, dann geh ich auf das da. Ich geh auch hier, hey. Guck mal, da ist die Klobrille für euch sogar schon hochgeklappt. Ja. Hier ist ein Mülleimer. Ah, die ist verstopft. Was? Mit Innereien? Wollte da jemand Beweise im Klo runterspülen? Ich steck fest. Wo? Ah, jetzt. Nox steckt im Klo fest. Errungenschaft freigeschaltet. Ja. Da ist ein Fetter. Ja. Hast du? Lauf mir nicht mal vor den Bier hin, Nox. Vor allem Nox läuft nicht, Nox humpelt nur noch. Ja. Und rennt aber mutig voran. Lass mal ein Zandwerk kommen. Ich höre jetzt. Der Zandwerk wieder der Erste in der Gruppe wird. Das ist dieses Jockey-Vieh. Vorsicht. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe keine Munition mehr. Was? Hast du noch das Messer? Ja. Okay, du bist eh gleich durch. Bleibt ein bisschen zurück am besten. Ins Dienstabteil. Oh oh. Ins Dienstabteil, Leute. Warte, ich werfe die Granate. Äh, die Bombe. Ach scheiße. Nee, ihr müsst da weg. Ihr müsst da weg. Es hat weg. Renn weg. Renn weg. Oh genau vor deinen Füßen. Zandwerk lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Bist du weggelaufen? Kommt hier rein, kommt hier rein, kommt hier rein. Wo rein? Ach ja, da. Stimmt, da ist Schluss. Dies Ende. Scheiße, Mann, ich komme nicht hoch. So, komm, komm. Renn, 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 renn. Komm rein, 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 rein. Oh, erst mal heilen. Hey, komm jetzt rein hier. Will, du Pfeife. Wieso bin ich denn jetzt Letzte? Was soll denn das? Und schon wieder Erste. Und schon wieder Erste. Was weiter? Nee, du bist, guck mal, Nox ist Erste. Nox ist Erste. Dem Tank am meisten, das ist doch Nox. Doch, doch, doch. Dem Tank am meisten Schaden zugefügt. Wieso bin ich denn der Letzte? Die meisten Kills. Achso, ich hatte ja gar keine Nahkampfwaffe. Ich hatte ja immer die Pistolen. 49. Hey, war das schrecklich jetzt? War das schlimm. Was, Bill? Bill? Sau. Alter. Ja, der hat immer abgecashed, die ganzen Killser, der sich holt. Ich baller wie blöd drauf. Bei mir liegt noch. Ich brauch noch eins. Ja, hier liegt nur eins. Ich brauch noch. Dann nimm ein Sunfake, nimm du. So, ich bin da. Bill, bräuchte auch noch. Na, bevor es Bill nimmt, krall du es dir. Hm? So, was nehme ich mir denn jetzt für eine Waffe? Gib's mir mal was anständiges. Aber bevor wir weiterspielen, beende ich erstmal hier den Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal. Tschüss. Nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.